Heute werden wir rutschen und nicht lutschen. Ich meine ein Eis lutschen, André, du fettes Schwein. Ja, das meine ich natürlich auch. André, heute wähle nicht die falsche Wasserrutsche in Fortnite. Geh krank. Du kleiner Hund, warum machst du mir jetzt schade? Jetzt musst du mich killen, du bist besser. Lasst ein Like und ein Aumann und Kuss geht raus an mein Bauteam, die die Map gebaut haben. Kuss an DMS Boss und geholfen von Edith, Izana, Niki und Talisman. Kuss geht auch raus an Stitchy, also wirklich die Bauteam, Odoman, Bauteam André. Ich glaube, André geht es gar nicht gut. Wir haben ein Minigame, wir haben am Ende noch ein Fight. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich würde mal sagen, unsere Zweikale natürlich abchecken. Wir starten rein, da ist die Fight-Map. Ich habe was aufgesammelt. Komm mit jetzt, du Spaßteam. Okay, André. Warte, warte, warte. Okay, jetzt. Was hast du gemacht? Ich habe genau gesehen, was du genau hast, du kleiner Pisser. Du kleiner Pisser, Junge. Okay, kill mich mal. Ich stirb, Junge. Wieso machtest du mir die Schaden? Und dass wir Respawn auf fünf Sekunden haben, rastet sich aus. Okay, egal. André, wir gehen rein zur ersten Rutsche. Du darfst natürlich aussuchen als Gast. Wir machen drei Rutschen, danach machen wir das Minigame. Du suchst aus, welche Rutsche wir nehmen. Wir nehmen entweder DMS Boss, Stitchy, Izana, Niki oder Talisman. Und Ediths. Ediths oder Ediths? Ediths. Die müssen wir eigentlich zuletzt machen. Ach so. Dann das Stitch nehmen. Okay, Stitch. Hier, das hier. Wir gehen rein. Oh, André. Stitch Slides. Richtig, falsch. Exit. Welche Rutsche nimmst du, mein Lieber? Nimmst du die richtige oder die falsche? Das werden wir dann herausfinden. Nimmst du die wirklich? Denkst du wegen Troll und so? Ja, egal. Dann würde ich mal sagen, wir sliden rein. Let's go. Oh, oh, oh. Ich bin gespannt, wo ich am Ende rauskomme. Bis jetzt ist alles easy. Kriegst du Schaden oder so? Okay, kratz gleich. Nee. Okay, bei mir ist alles easy. Ich kann sogar mitsprinten. See. Und? Oh, 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 oh. Okay, wo landet André? Bei mir sieht alles noch chillig aus. Okay, bei dir alles gut. Bei dir sieht noch chillig aus. Oh mein Gott. Ich gehe drauf. Ja, André hat die falsche gewinnt. Öffne sie schnell. Öffne sie schnell die Kiste, André. Ich öffne meine und du darfst dir alle Waffen rausnehmen. Habe ich, habe ich, habe ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe ein fettes Loadout. Fettes Loadout. Und wenn du fertig bist, kannst du einfach tanzen, André. Ich bin gestorben, wie soll ich tanzen? Dann kommst du jetzt eh automatisch dir her. Ich will deinen Loadout sehen. Zeig mir deinen Loadout. Show me. Ganz wilde Waffe. Ganz krasse Waffe. Ja, wobei, Sticky sind cool. Sticky sind okay. Okay, André. Ich habe auf jeden Fall hier die hier, die hier, die hier und das hier, Digga. Okay. Also man wird hier auf jeden Fall belohnt und wir können hier Sachen löschen, falls du was löschen willst, André. Okay, dann lösche ich. Löscht echt? Das ist ganz das Loadout. Nein, stinkbehaltig. Stinkbehaltig, okay. André, ich bin dran. Ich gehe rein in... Wir nehmen die Zahnaasrutsche. Gleich daneben. Oh. Mhm. Oh, oh, oh. Oh. Okay, okay. Kann man hier ein bisschen reinspicken? Okay, man kann reinspicken. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen... Okay, das sieht aber gleich aus. Der Ehrensoße. Ja, das wäre ja auch unlogisch, wenn er es nicht gleich gemacht hat. Okay, ich nehme diesmal diese hier, André. Und die? Okay, dann nehme ich die. Bis dann. Ciao. Jo. Ekelhaft. Hier sind überall Stäbchen. Bei dir auch? Nein. Nein. Echt nicht? Doch. Oh nein, das ist... Okay, du bist da. Warum liegst du da? Ich bin in einem grünen irgendwas gefangen. Ja, ich habe nur grüne Sachen bekommen. Also kriegst du wahrscheinlich wieder die guten Sachen, ne? Ich bin... Ich bin in einer grünen Röhre. Du bist eine Röhre. Ich kriege Schaden. Ich kriege keinen Schaden. Aber hier ist auch keine Drohne. Ich habe einfach gedächt. Ich habe einfach gedächt. Ich habe nichts bekommen. Ich glaube, deine war sogar besser, Bro. Ja, ich kriege Schaden, aber dafür habe ich Waffen bekommen. Aber nur grün. Ja, aber besser als gar keine. Aber... Aber... Das stimmt. Sind das stabile Waffen? Sei ehrlich. Ja, ich muss erst mal sterben, weil ich kann irgendwie nicht tanzen. Also das geht nicht. Ja. Okay. Ich bin da, was geht da? Aber es geht... Stabile Waffen. Ist okay. Und Minis. So, André. Wir machen die dritte Slide. Und dann Minigame. Bist du bereit? Ich bin bereit. Welchen nimmst du? Äh... Warte, aber welche hatten wir jetzt, weil nur die grün ist? Die Zahner und Stitch hat mir. Okay, dann lass Niki machen. Okay, let's go. Oh mein Gott. Ich nehm jetzt wieder rechts. Du meinst ja links. Und dann verliere ich eigentlich immer. Du darfst. Aber ist okay. Du darfst auszuchen. Ich suche aus? Ja. Okay, ich nehm rechts. Ja, es muss die rechte sein. Äh, du kleiner bist da... Nooo! Yo, wie das aussieht hier, Bruder! Ich bin... Im Candyland. Bruder, ich würde hier leben. Oh mein Gott. Irgendwie wird mir schlecht. Wir sind... Sehr gut. Ich rutsche immer noch. Ein gutes Zeichen. Wohin rutsche ich, Bruder? In Busch? Bei mir ist ne Kiste. Nein, ich rutsche im Busch. Oh mein Gott. Nein, ich krieg Damage. Ich krieg Damage. Irrenlos. Wow. Ich hab ne Kokosnuss. Ne Kokosnuss bekommen. Was hast du bekommen? Hast du gute Waffen bekommen? Cool. Echt? Ja, unnormal wild. Okay, unsichtbar nehm ich nicht mit. Ich nehm aber die Polster mit. Die sind cool. Und ich tanze einfach. Okay, funktioniert nicht. Okay, man muss wirklich hier sterben. Irrenlos. Irrenlos. Aber falls du bis hier schon gekommen hast, dann schreib doch mal unten in die Kommentare. Dein Epic Games Name. Denn die neue Season ist vermutlich schon draußen. Aber das Video kommt ein bisschen später. Deswegen alles gut, Leute. Schreibt euch deinen Epic Games Name drunter. Und vielleicht verlose ich einen. Ich hab ne Kuckucksturfs mitgenommen. Und ne Jump Head. Digga, er kriegt halt gut Loot. Oh yeah. Er gehört ja auch noch zu dir, oder? Ja, ich hab ihn grad auch genannt. Okay, Andre. Wir gehen rein ins Minigame. Okay. Ich geh in Gold. Und du musst wahrscheinlich in den Mülleimer. Aber du bist auch in Gold. Ah, ich bin doch. Hier was geht. Das ist, glaub ich, nicht schlimm. Ich geh dann einfach Mülleimer-Seite und wir müssen Fußball spielen. Wir spielen bis drei. Bist du bereit? Okay, let's go. Goal! Ich hab den gefoppt. War kein Goal. Ciao. Mach's gut, Diggi. Ich foppe dich weg. Tschüss. Du hast so ein scheiß Minigame gemacht. So ein Kack-Minigame. Bis drei, Junge. Wir sind eine halbe Stunde hier drin. Was lässt du? Nein! Oder wie würde, äh, ich hab jetzt gesagt, Rolatno. Rolatno. Sag der Rolatno. Sag der Rolatno. Guck, Zitate Goethele. Standi, du kannst gar nichts, Bruder. Wenn du das Video siehst, kommentier Rolatno. Hey, 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 Stiga. Salazis. Salazis, Salazos. Nee. Ich hab getroffen. Ey, der Ball ist kaputt. Ey! Rolatno! Rolatno! Ey, das hast du nicht abgewehrt. Wir machen bis zwei auf süß. Rolatno. Ich zieh dich jetzt weg. Dann geh mal weg. Du hast den fettesten Skin der... Boah, ich dachte grad, ein Tor. Ich brauch gar nichts machen. Das war's. Oh shit. Gegen die Wande. Und? Nein. Ey, warum machst du 1-0? Gar keinen Sinn. Du hast sie gar nicht getroffen. Ja, du, das ist deine Seite. Ach so, weil wir in das falsche Ding reingegangen sind. Nein! Rolatno! Rolatno 2-0. Let's go. Ey, der ist nicht mal im Tor gelandet. Hä? Ja, er kommt doch bis drei. Das ist voll Spaß. Okay, bis drei. Boah, wilder Köpfer von mir. Rolatno, der ist noch drin. Ja, easy. Digga, was ein Rolatno-Tor. Rolatno. Nein, hast du dich abgewehrt. Ey, das sieht mir gut. Oh, oh. Komm. Ronaldinho FIFA. Das ist FIFA 2028. Was für ein Wild. Geh mal weg. Man kann nicht schießen. Du Glückspilz. Rolatno. Genau, ich Glückspilz, weil du ja nicht auf Fressen bekommen hast. Du siehst auf Fressen. Hä? Junge, ich raste gleich aus. Leute. Ich schieße das in dein Tor. Mach, mach, mach. Bitte, mach. Junge. Ja, du hast gewonnen. André hat... Oh, ich habe auch so einen getanzt. Hallo? Ja, du hast gewonnen. Okay. So, André. Wir haben noch zwei Slides. Die Zeit sagt, wir haben acht mit neun Minuten. Wir machen 20 Leben im Fight. Okay, wir haben zwei Slides. Wir haben noch Talisman und Edith und DMS Boss. Wir gehen rein in DMS Boss. Ich bin dran. Ich darf wählen. Oh. Nicht. Ich sage dir ehrlich, ich habe Bock auf die Holzrutsche. Okay. Ich nehme die Holzrutsche. Mach's gut, Digi. Mach's gut, Digi. Viel Spaß in der Blattrutsche. Blatt gegen Holz. Holz. Äh, äh. Ich slide nicht mehr. Jetzt. Doch. Sliden. Sü, in die Pü. Ich krieg Schaden. Wie, du kriegst Schaden? Hä? Irrelos. Wir ziehen durch, wir ziehen durch, wir ziehen durch. Bin in einem Raum, wo schon eine Kiste geöffnet wurde. Warst du in so einem Grasraum mal? Nein. Ja, war ich. Ja, da habe ich sie mir nicht jetzt auch. Oh, diese Affen. Die haben die Swans falsch gemacht. Oh no. Aber ich habe eine Baba-Waffe und die wird natürlich eingesetzt anstatt die Kuckuckusnuss. Eine Pumpgun nämlich. Mhm. Grappler. Ja gut, wir haben eine Abilität. gerät, dann können wir noch die Deagle mitnehmen. Wobei, Boogie-Granaten werden auch stabil. Aber ne, passt schon. So, zeig mir deinen Loot, André. Und ich sag dir, ich habe nichts mitgenommen, das war Müll. Ach ja, stimmt. Das war ja schon offen. Okay, ich habe noch Slide und wir gehen rein in die letzte Rutsche, meine Damen und Herren. Talisman. Und Jedis. Jedis. Okay, die haben beide offen. Hier sind zwei Punkte, Bro. Das heißt, warte mal, wir können hier spicken, Bro. Bro, was haben die da gebaut? Ich glaube, Gelb ist richtig. Nee, ich glaube, Lila ist richtig. Ich gehe Lila, ciao. Ja, okay, komm. Nee, du darfst auch suchen, ne? Ah, egal. Ja, egal, ich würde eh gelben. Okay. Schauen wir uns gut, André. Okay, schauen wir uns gut, ne? Schauen wir uns gut. Eigentlich will ich eigentlich alle Rutschen sehen, aber... Ja, gelb nix. Oh, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Ja, ich bin der Tintet Towers. Komm, eins. Bro, oh, oh. Was geht ab? Ich bin in der Galaxy. Yo. Oh mein Gott, das war halt echt die richtige, glaube ich. Glaubst du? Oder? Weiß nicht. Ich bin rausgefallen. Nee, ich hab scheiße. Wie, du bist rausgefallen? Ja, ich war zu blöd. Oh, okay. Lass tanzen. Bro, nein, das war die... Meine war... Meine war falsch? Ehrenlos. Ich wurde so... Hopps, genau. Okay, warte, ich komm mit. Ich nehme die gelbe Rutsche, will ich auch probieren. Bist du da? Ja, ich bin wieder rausgefallen. Versuch mal. Okay, ich probiere. Ohne, dass ich rausfalle. Ich falle hier nicht raus. Ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst. Ich falle hier nicht raus. Ich bin rausgefallen. Es ist so schön. Die müssen wir schaffen, André. Wer zuerst schafft, kriegt den einen Spaß. Du kriegst natürlich den... Okay. Ja, welchen Loot? Ich komme ja auch nicht hin. Weißt du, was die gemacht haben bei Lila, Bro? Wenn du tanzt am Ende, da ist ja nichts passiert. Wenn du tanzt am Ende, stirbt man einfach. Okay, irgendwie muss man hier irgendwas machen, aber ja, gut. Ich bremse einfach. Ich bremse einfach bei der gelben Rutsche. Ich bin wieder rausgefallen mit Bremsen. Echt? Ich hab Gwebler. Ich hab Gwebler. Ich hab Gwebler. Ich hab Gwebler. Ich hab's geschafft, André. Du bist so ein Loop. Ohne Gwebler sogar. Sehr gut. Gönn dir alles, was du willst da drin. Okay, André. Ich mach dir auf, ja? Für dich. Da ist drin Drachenodempump, Mammutpistole in Lila, Saufpacks, die man nicht kriegen kann, weil die in der Kiste backen und Businessgeschützturm. Was willst du? Nimm. Gar nix. Gar nix. Okay. Dann nehm ich auch nix. Ich komm hier aber nicht weg, irgendwie. Ah, doch. Okay. Da müssen wir nicht mehr helfen, André. Wir müssen nämlich in den Fight. Ich geh hier hin. Du gehst da hin. Wir machen fünf Leben. Los geht's. Wir kämpfen in Tilted. Taust meine Dauntern. Ohne Mann gegen André. Fünf Leben. André kriegt aufs Maul. So auf Fresse. Junge, ich war lowlife. Spaß. Kennst du? Ich hab Pizza, ne? Wie, du hast Pizza. Hast du echt? Ich nehm dich auch kurz voll. Ich sehe gar nichts. 1-0. Ja, 1-0. Alles gut. Mit unfairen Mittel hast du gespielt. Hä? Ich bin jetzt erstmal ganz oben. Geh mal da oben hin, du kleiner. Da oben hingeher. Nice hit. Kappa. Ja, Junge, ich bin der Heftigste. Ja, genau. Waffen und so. Bro, du hast Nahkampfwaffen. Ich kann gar nicht mit meinen Waffen machen. Gar nicht. Und ich hab nur 100 Leben. Das ist Ehrensoße. Ich lass dich heilen. Lass mich mal heilen erst. Lass mal auf sie es heilen, beide. Ja, warte. Damit es schneller geht. Okay, geht nicht. Kannst du nicht jumpen? Nee. Ehrenlos. Werf doch. Junge, ich hab hier Splashmania gemacht, Junge. Geh mal schlafen, Bro. Ich hab Pizza jetzt. Für immer. Muck nicht. Und wie steht's? 3-2. 2-1. 2-1. Komm doch mal lieber jetzt. 2-1. Komm doch mal lieber jetzt. Komm du doch mal lieber jetzt. Wenn du dich raus. Ich geh jetzt Taco Shop. Komm du durch, wenn du dich raus. Er sieht dann wieder irgendwo. Ich hab Pizza gegäst. Wo bist du? Bei Pizzaanladen? Sei ehrlich. Äh, ja. Bro, wie er noch Sign-Step macht, Digga. Du Pisser. Wirklich. 8 HP. Rutsche soll in dich reingehen. Okay, komm. 8 HP. Er isst jetzt Pizza, der Eklige. Normal, hä? Ich renne los. Sag dir auch nicht, wo. Gibt's einen Pumpgunfight? Du kriegst einen Pumpgunfight. Wie hat da was denn? Wie hat da sich versteckt? Du bist so ein Pisser. 4-1, Digga. Ich schrei den ganzen Laden gleich zusammen. Okay. So, Leute. Wir kriegen, wir machen eine Revanche. Also, eine Revanche-Video. Revanche. Revanced. Wo bist du? Rekords-Video. Wo bist du? Ich hab keine Pizza gegessen. Stopp. Halt. Stopp. Pause. Spiel stopp. Ich hab noch ein Leben, ne? Ich hab dich nur einmal gekillt? Komm, auf Fernkampf hast du keine Chance, Bro. Guck mal, wie er seine Pizza snackt. Revanche. Revanced. Komm, Revanced-Video. Komm. Revanced-Video. Fortnite Revanced. Wo bist du? Wir machen Fortnite Revanced-Halden-Sieg. Okay, du bist so ein Schlepp, Digga. Du hättest mich so habsgenommen, hättest du nicht Waffe gewechselt, ne? Nein, das Ding ist, ich wollte dich eigentlich trollen, aber ich hab dann selber nicht mehr gecheckt, wo meine Waffen sind. Bist du, du kleiner Pisser. Wir haben drei Leben, Leute. Wie viel steht's? 4-2? 4-2. Revanced. Nein. Nein. Revanced. Ja, da hinten, diesen scheiß Kühlschrank, seine Pizza snackt, wie in Real-Life, du fettig, du scheiße. Ich hab's Rollplay gemacht. André, wo bist du hinter dem Kühlschrank? Revanced 3.0? Wir sind ja bis zu gekürzt. Kurz geht raus an die Webbau, die das gebaut hat, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da, lasst einen Abonnenten, checkt Andrea, checkt unsere zweiten Kanäle ab. Momentan richtig geil, Freunde. Kurz geht erstmal raus für den Support und wenn ihr weiter supportet, wäre auch geil. Und natürlich die Hauptvideos auch. Und macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal.